hallo liebe zuschauerinnen und zuschauer jetzt kommt meine zusammenfassung aus meiner erfahrung mit dem med bett das ist über ein jahr jetzt dass ich das med bett nutze angefangen habe ich im juni 22 und anfangs war ich total neugierig und gespannt weil ich es noch nicht kannte aber innerlich irgendwas in mir genau wusste dass es funktioniert und dass es so genial ist ja viele können das überhaupt nicht glauben und ich war voller erwartung was jetzt passiert wenn ich dieses med bett nutzen kann und ich wusste ich muss das unbedingt ausprobieren ja das geld um mir eins zu kaufen hatte ich nicht und da war ich so froh und dankbar für die möglichkeit an dem forschungsauftrag mitzumachen von den 100.000 mit bett nutzer und jetzt ja will ich mal kurz berichten also meine vermutung dass es funktioniert hat sich ja 100 prozent bestätigt ich habe viele interessante erfahrungen gemacht vor allen dingen auch darüber mit welcher emotion mit welchen gedanken ich mein med bett programmieren so ist mir aufgefallen wenn ich jetzt angst habe vor irgendeiner krankheit und deswegen eine programmierung mache für eine ja für eine heilung oder so dann entsteht eher die krankheit weil die angst das ganze gesteuert hat im unterbewusstsein und nicht mal ein klarer zuversichtliche befehl so habe ich zum beispiel mit meinen augen eine sehschwäche entdeckt also so ein flimmern in den augen was angeblich der beginn von grauem star ist und das war nur auf einem auge und die programmierung für die heilung habe ich gemacht ja aus angst dass es auch auf dem anderen auge passiert am nächsten tag war es dann tatsächlich auf dem anderen auge auch also wusste ich muss sehr achtsam sein mit dem was ich als programmierung mit rein gebe ja so habe ich jetzt auch gelernt viel feinfühliger und genauer zu spüren was ich aussende um eben zu bewirken was ich wirklich wünsche und nicht wovor ich ernst habe so hat mich das jetzt ein jahr getragen das medbett mit der forschung und mein leben ist unglaublich intensiv geworden es sind so viele sachen gleichzeitig am start dass ich wirklich lernen musste ordnung zu halten innerhalb meines geistes auch so dass ich eine sache nach der anderen abhandeln und ganz ruhig bleibe und zuversichtlich bin weil ich weiß mit dem medbett mit der unterstützung funktioniert so viel so schnell und dann ist mir tatsächlich auch mehrfach passiert dass ich an irgendwas gedacht habe was ganz nett wäre wenn ich das hätte oder was ich brauche und dann ist mir das plötzlich irgendwie vor die füße gefallen also ich meine damit dass es mir begegnet ist im leben ohne dass ich jetzt viel anstrengungen machen musste und das war für mich so ein deutliches zeichen dass meine gedanken die ich vorher hatte wirklich manifestieren das wusste ich zwar vorher theoretisch aber so voll praktisch erfahren habe ich das erst in der zeit in der ich das medbett genutzt habe ich bin damit auch durch diese regelmäßige übung mit diesem weinschlosseligen feld meiner innersten seele sozusagen ja meine seele wesentlich näher gekommen ich bin voll umfänglich bereit und wie soll ich sein präsent meine seele zu leben mein göttliches potenzial hier auszudehnen da bin ich jetzt zwar noch am üben beziehungsweise ich muss es will es noch verstärken weil es noch nicht volle kraft ist aber ich habe ja noch möglichkeiten mit dem medbett und das werde ich dann noch nutzen ich freue mich dass ich hier in diesem forschungsauftrag teilnehmen konnte und mal gucken ob ich mir hier noch was notiert habe genau ich habe ganz viele intensive träume gehabt in der zeit und ja durch die ständige ausrichtung abends auch auf das medbett habe ich auch im wach im tageswachbewusstsein das gefühl dass ich mit diesem energiefeld verbunden bin und kommuniziere und das ist eine so große überrascherung ja ich bin wirklich viel stabiler geworden in meiner persönlichkeit und zuversichtlicher und ich nehme alles an dankbar freundlich und mit achtsamkeit und segne alles und was genaues kommt genau richtig und dafür bin ich total dankbar ich freue mich sehr dass ich das medbett nutzen konnte und kann auch nur sagen wie immer nutzt euer medbett wann immer ihr könnt es ist einfach nur eine bereicherung und wunderbar vielen dank fürs zuhören und tschau lasst es euch gut gehen tschau 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 tschau